Wir begrüßen Sie bei Räther Zylinderkopftechnik und heute gibt es wieder was aus der Schatzkiste. Wir berichten über einen Motor, den wir teilrevidiert haben. Die letzte Endbearbeitung macht dann der Kunde selber. Das ist für einen Citrin HY Motor, klassisch auch bekannt in den Citrin Wellhütten, wie er in den 70 Jahren und auch in vielen anderen Fahrzeugen verwendet wurde. Hier sehen wir auf den Bildern die Lagergasse für die Nockenwelle. Die mussten wir separat anfertigen aus Bronze, weil es keine Lager mehr für diesen Motor gibt. Insofern ist das eine Eigenanfertigung, nachher gespindelt und ausgebohrt worden. Und so sieht im Prinzip das fertige Endergebnis aus. Hier sehen wir die Kuppelwelle des Citrin HY auf dem Bild, nach dem Nitrieren und nach dem Schleifen. Allerdings vor der Endbearbeitung, also dem Pullishing von der Kuppelwelle und dem Läppen und dem notwendigen Richten gegebenenfalls nochmal. Hier sieht man praktisch den fertig lackierten Block, ohne eingesetzten Büchsen mit der Kuppelwelle schon. Kurz bevor der Motorblock montiert wird. Der Zylinderkopf auf der Ventilsitzfräsmaschine bei Rether Zylinderkopf-Technik. Währenddessen der Zylinderkopf innerhalb seiner Sitzringe gefräst und bearbeitet wird. Die fertig bearbeiteten und geschliffenen Ventilstösel nach dem Härten und nach dem Polieren. So sind die Ventilstösel jetzt wieder einsatzbereit und für ein zweites oder neues Arbeitsleben des Motors geeignet. Wir sehen hier einen Zylinderkopf, fertig bearbeitet von dem HY. Das heißt, er ist geplant, gewaschen worden, Sitze sind bearbeitet, Ventile sind gestrahlt. Und so ist er eigentlich schon nutzbar und einbaufähig. Dieses Bild zeigt die fertig bearbeiteten Ventile, Ventilfedern und die betreffenden Bauteile, die notwendig sind, um den Zylinderkopf zu montieren. Die fertig montierten Kolben mit Pleuel in den Zylinderbüchsen, die dann später so komplett in den Motor eingesetzt werden. Wir haben einen Blick auf die Originalkolben aus alten Lagerbeständen. Das sind die leichten Spuren, die wir auf den Kolben sehen. Das sind aber zu vernachlässigen, weil keine tiefen Eingrabungen oder Auswaschungen in den Kolben letztendlich vorhanden sind. Man sieht auch die montierten Kolben dann mit Pleuel und Ringen, sowie auch einzelne Pleuel vor der Montage und eben die Kolben aus den OE-Beständen. Wir sehen den Block im Prinzip mit den eingesetzten Lagerschalen, kurz bevor die Kurbelwelle letztendlich gesetzt wird. Jetzt kommt eben Öl drauf und gegebenenfalls Montagepasten, die gewisse Notlaufeigenschaften haben. Und dann wird die Kurbelwelle in den Block gesetzt und die Lagerdeckel montiert. Hier wird das Pleuel mit der montierten Lagerschale im Prinzip vermessen, um zu schauen, ob wir die Maße erreichen, die wir auch an der Kurbelwelle benötigen, um nachher ein optimales Laufspiel zu haben. Der typische Montageplatz, hier sammeln sich alle Teile, die wir gleich verbauen werden, Lagerschalen, Pleuel, Schrauben, Lagerdeckel, Kuppelwelle und so weiter. Ein Sammelsorium an Teilen, ein Spaß für jeden Schrauber. Wir schauen auf die Motorrückseite, wo wir zum Beispiel das erste Lager der Nockenwellengasse erkennen können. Die sind im Hause gefertigt worden, Eigenanfertigung, weil es neue Lagerschalen eben entsprechend nicht gibt. Im nächsten Step würde dann eben die Notlaufpaste eingesetzt werden. Vermessen wurde das Ganze eben entsprechend vor und dann kann die Nockenwelle eingebracht werden und sollte eigentlich wunderbar sauber in dieser Nockenwellenlagergasse dann auch laufen können. Ist nicht ganz kostengünstig, aber gar keine andere Wahl möglich. Wenn man es ordentlich haben möchte, wäre das der Weg, um den Motor in den neuen Zustand zu versetzen. So, hier haben wir eine Kurbelwelle vom Citroen HY, einen ID19 Motor. Und die Kurbelwelle ist nitriert worden oder vorher geschliffen worden, aufs Untermaß dann nitriert worden, also gehärtet. Laufflächen wurden danach wieder poliert, aufgearbeitet. Und jetzt werden wir die Welle auf Schlag prüfen und gegebenenfalls richten, wenn zu viel Schlag da ist. Man sieht hier schon, die Kurbelwelle hat einen immensen Schlag. Das ist nichts Ungewöhnliches, also wenn so Wellen nitriert werden, dann verziehen sie sich schon mal gerne. Oder genauso auch, wenn sie teilweise vielleicht ein bisschen unsanft behandelt werden, kann es passieren, dass so eine Welle schon nur vom falsch ablegen, ein bisschen was hektischer ablegen, dass sie einen Schlag hat. Hier haben wir jetzt einen Schlag von, na gut, acht bis neunhundertstel. Und jetzt werden wir die Kurbelwelle richten und dass sie nachher wieder schön gerade läuft. Jetzt lassen wir die Bilder schneller laufen und zeigen einfach mal reinen Montageablauf, wenn die Kurbelwelle gesetzt wird. Das heißt, in den Block eingebaut wird und das Ganze auch letztendlich seitens Lagerspiel im Vorfeld vermessen wird. Das kann man auf diesem Video eigentlich ganz gut erkennen. Und man sieht auch, dass selbst relativ banale Arbeiten, in Anführungsstrichen banale Arbeiten, schon zeitintensiv sind. Und wenn man es gut machen will, natürlich auch eine gewisse Grundordnung bedürfen. Hier schraubt unser Monteur einfach mal den guten Buschen zusammen, sodass am Ende ein brauchbares Ergebnis bei rumkommt. Viel Spaß beim Gucken! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! So, hier haben wir schon das fertige Ergebnis von unserem Zitren H-Y. Kurbelwelle ist soweit montiert, wurde auch auf Rundlauf geprüft, bevor im Prinzip die Pleuel gesetzt worden sind. Wir gucken uns das mal gerade auch von der anderen Seite an, wie das jetzt von der Planseite her aussieht. Und das kann sich eigentlich im Großen und Ganzen sehen lassen. Das ist soweit jetzt, das sind Montagehilfen, dass die Büchsen eben entsprechend nicht rausfallen, so dass jetzt als nächstes im Prinzip, wenn der Motor in der richtigen Position steht, der Kopf also montiert werden kann. Der Kopf ist der hier. Man sieht hier also unsere Aufklebermarke, die gibt uns Zeugnis darüber, wenn der Motor jetzt in irgendeiner Form überhitzt, ob er denn tatsächlich überhitzt ist. So, und hier kann man jetzt praktisch den Kopf sehen. Mit den neu gefrästen Sitzen, ich versuche es mal hier scharf zu stellen. Ja, das ist soweit erstmal die Vormontage des Ganzen und jetzt kann es dann eben entsprechend weitergehen mit den weiteren Arbeiten, die dann eben noch so folgen müssen. Wir bleiben am Ball und wünschen einen schönen Tag. Gruß in die Welt!